jo leute was geht heute mal wieder mit einem neuen video in alter fische ja es kann mir jetzt eigentlich auch schon relativ lange kein video mehr ich habe jetzt eigentlich die letzten tage nur gestreamt und ihr seht ist auch schon ich bin nicht alleine hier in der lobby und zwar heute mit dem pill junkie auf ganz entspannt heute eine runde black ops viermal wieder ja ein bisschen mit den zuschauern spielen ihr könnt natürlich auch mit mir spielen ihr müsst mal einfach mal auf instagram schreiben oder einfach den disco sollen alles unten in der video beschreibung einfach mal anschreiben und dann kann man mal zusammen ein video aufnehmen und dann würde ich eigentlich sagen wünsche ich euch jetzt viel spaß mit dem video lassen daumen nach oben da lassen aber da und viel schwarz ja meine lieben freunde auf der karte icebreaker es ist jetzt nicht die beste karte aber ich denke mal ich werde das alles so ein bisschen zusammenschneiden damit ihr einfach mal knackiges video wieder habt einfach auch für die abwechslung weil es kam jetzt wie gesagt in den letzten tagen nur noch nur wieder streams und von daher dachte ich einfach mal wieder kommen eine runde black ops 4 ich wollte eigentlich eine runde cold war aufnehmen aber pill junkie hat mich gefragt jo eine runde bio 4 aufnehmen bisschen zocken einfach mal ein bisschen spaß haben und da sage ich dann natürlich auch nicht nein deswegen eine runde bio 4 ist denke ich mal ganz okay und jetzt geht es los 4 3 2 1 let's go meine lieben freunde so ich wollte nur ganz kurz die andere waffe nehmen so so easy ich hoffe auf jeden fall dass das spiel sound nicht zu laut ist das pill junkie nicht zu laut ist ich hoffe einfach dass alles passt das werde ich natürlich erst im nachhinein sehen wir nicht das video schneide also ich hoffe dass es einfach gut ist dass wir die runde gewinnen dass man score nicht im minus bereich ist das ist eigentlich immer so die hauptsache wenn ich aufnehmen ok hier oben sind sie alle irgendwo waren noch einer schauen wir laufen mal so und leise ich kann schwören ok er das ganze team ist jetzt gerade da in der röhre drinnen war da ist aber noch einer hinterm schneeschieber das rechts waren auch welche da kamen noch zwei leute oder sowas ja was zocken ja auch für visiere absolut komisch was die für visiere zocken was macht der gegner hier hinten am arsch der welt wo man eben versagt einfach perfekt ok die ganzen gegner sind alle wieder hier oben schauen wir versuchen wir vielleicht von der seite ok hier scheint glaube ich gerade gar keiner mehr zu sein heute ist das heute montag leute wir haben es jetzt 18 47 denke mal dass ihr das video so um 20 uhr sehen werdet ich muss mich auch ehrlich sagen bis jetzt doch beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger also bis jetzt also wir hatten natürlich gerade schon zwei runden gespielt also leute hätten wir die aufgenommen ich hätte eigentlich dann natürlich einen guten titel gehabt und zwar die vmp ist op die vmp nervt mich die vmp keine ahnung irgendwas mit der vmp weil gefühlt jeder gegner hatte die und es hat einfach nur genervt dass die gegner damit gespielt haben und damit abgefuckt haben von ihr die spinn die vmp mit visier also leute jetzt mal ehrlich hand aufs herz wer zockt bitte die vmp mit einem visier also das ist ja habe ich noch nie gespielt noch nie gesehen also das ist wirklich bio 4 ist der ist schon alt aber trotzdem steht man die vmp nicht mit visier und ja morgen gibt es wieder ein alter frische einen live stream ok die laufen ob ich hier oben lang da kann noch ein zweiter wo ist irgendwo ist hier noch ein zweiter ok da steht dahinter ab dann ist das natürlich ein free kill ich habe auf jeden fall ein blitzschlag direkt hier oben bei dir ok da hast du wahrscheinlich beide gründen krieg ich jetzt kein mit dem blitzschlag schade 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 habe ich das eigentlich schon angesprochen heute am montag morgen ist dienstag und morgen gibt es wieder einen live stream kannst du mal chillig wieder rocket league live stream ich weiß gar nicht aber ich schon angesprochen habe dann ja dann ist wie sie ja als einmal kick wieder rein ja gut dann wisst ihr bescheid morgen wieder gegen nachmittag oder irgendwie sowas einschalten freunde auf ganz entspannt okay freunde könnte man ein bisschen schneller laufen weil die ganzen gegner sind alle jetzt hier da ist einer direkter kommt da waren drei stücke oder so was ich versuche jetzt wieder von der seite hier zu kommen normalerweise sollten ja jetzt hier sein aber ich werde auch gesichtet ok freunde irgendwo hier oben laufen sie wieder rum schon mal der erste der zweite der tun die müssen normalerweise alles wieder hier spawnen ja das erste das scheiß der wie ich weggefetzt worden bin jetzt guck mal leute guckt euch das an kann man mal so machen ich doch mit der galil eigentlich eine geile waffe damals glaube ich im black ops da war die waffe so heftig brutal ja auch ganz entspannt ganz ganz entspannt okay das sind auf jeden fall noch welche warum ich denn zu boden her ist das und alle drei oder was kann ich nicht noch aufstehen zu spät da versagt sogar schon meine stimme was war denn da los aber eigentlich wenn wir das gewinnen leute im moment ich habe einen relativ guten score okay ich versuche jetzt einmal außen rum wieder zu laufen die sind jetzt alle hier links mal schauen ob ich irgendwas überhaupt reißen kann okay jetzt alle hier ok 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 das heißt die gegner spawnen jetzt hier auf der seite hat gerettet hinter mir aber da kommt zwei stück was ist das für ein hier sicher leute was ist das ok leute jetzt wird rasiert passt auf die dürfen nicht aufholen wir müssen das gewinnen wenn nämlich ja wie gesagt schon davor zwei runden aufgenommen wir haben davor schon zwei runden aufgenommen zwei runden verkackt das war also bei mir war ja nicht so mega berauschend deswegen alle guten dinge sind drei die dritte runde habe ich jetzt nehme ich jetzt gerade auf und eigentlich läuft es nicht schlecht jetzt müssen wir noch mal richtig pushen wir müssen gut das ein haben gut einen guten fokus ist richtig hinter mir war es hey wieso konnte denn jetzt von hinten kommen okay jetzt liegen wir hinten wo jetzt jetzt ja also leute da denke ab was oh mein gott oh mein gott also ich bin jetzt mit einem 24 zum neuen rausgegangen pilzern kippen 32 21 es ist jetzt wirklich nicht der beste score wir haben leider auch verloren die dritte runde jetzt hintereinander schon verloren aber jungs lassen wir machen das ist halt call of duty man man kann glaube ich den ganzen tag aufnehmen bis man wirklich eine geile runde erspielt hat und gewonnen hat weil ich glaube das dauert einfach ewig so meine lieben freunde das war es dann auf jeden fall mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr lassen daumen nach oben da lassen ab oder schaut in die video beschreibung check instagram oder discord ab damit ihr dann auch vielleicht mal mit mir zocken könnt ihr könnt alles mögliche das muss ja nicht bio 4 sein wenn ihr das spiel hat was ich auch habe dann kann man gerne da mal eine runde zusammen aufnehmen auf ganz easy und ja das war es dann von meiner seite aus ich bedanke mich für sein fürs zuschauen habt noch einen schönen abend was es euch gut gehen und rein und kommt auch gerne in den live stream morgen rein euer pinzi ball